Hier präsentieren wir die 5 beste Aquarien Test. Lass uns anfangen. Liste zu Start Nummer 5. Nobleza, Nano Fischtank Aquarium. Nobleza liefert den Nano Fischtank in 2 Dimensionen sowie je 2 Farben. Voll ausgestattet, eignet es sich besonders für Neulinge und liefert mit seiner nahtlos abgerundeten Glasfront einen hohen dekorativen Wert. Die Kollektion umfasst die Kunststoffabdeckung mit eingebauten LED-Leuchten, die elektrische Luftumwälzpumpe sowie ein Filtersystem mit austauschbarem Baumwollfilter. Nummer 4. Tetra Starterline Aquarium Komplett Seed. In 4 Dimensionen ist der Tetra Starterline Fischtank komplett aufgerüstet und bietet optimale Probleme für Neulinge und auch für Vorreiterkunden. Anfänger profitieren von der einfachen Einrichtung aller benötigten technologischen Teile. Mit LED-Leuchten, Heizung saniert und auch Filtersystem ist die Sammlung voll und in kürzester Zeit einsatzbereit. Darüber hinaus kann ein Sockelschrank in einem modernen, minimalistischen Säulen-Layout vom Lieferanten gekauft werden. Um die verschiedenen Größen zu entsprechen, für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Da Dupet Aquarium Mini-Kunststoff-Aquarium ideal für Beta-Goldfische sowie verschiedene andere kleine Fische. Dieser Artikel ist eine kleine Variante, die als attraktiver Fischtank für den Tisch gemocht wird. Es begeistert mit seiner zusätzlichen kleinen Form sowie außergewöhnlichem Aussehen. Dieser Fischtank ist in schwarz oder weiß erhältlich, was es einfacher macht, direkt in Ihr Haus zu integrieren. Dank seiner Verzierung passt es komplett auf einen Schreibtisch, da es wenig Fläche einnimmt. Der Fischtank ist mit attraktiven LED-Leuchten ausgestattet. Besonders abends sieht es sehr bezaubernd aus und ist auch ein echter Hingucker. Der Schatten des Lichts bleibt weiß erhalten. Gleichzeitig ist diese Version ebenfalls äußerst funktional, da sie ebenfalls ein USB-Akkuladegerät enthält, das mit einem Handy, Computer, USB oder Smartphone-Akkuladegerät aufgeladen werden kann, um sicherzustellen, dass die LED-Leuchten ständig genutzt werden können. Nummer 2. Tetra Aquatis Curverline LED Aquarium Komplett Seed Das moderne Glas-Aquarium ist als komplette Kollektion inklusive aller Geräte zur Verfügung gestellt und ist dank integrierter LED-Beleuchtung mit Tag- sowie blauem Abendlichtwechsel auch im Dunkeln ein echter Hingucker. Mit der angeschlossenen Filterpumpe, dem Wasserspüler sowie der Nahrungspuppel eignet sich das 20-Liter-Aquarium neben der Pflege und Zucht von Garmeln und gleichermaßen für zierlich geeignete Fische sowie Wasserpflanzen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Aquell Aquarium Seed Classic LT Als komplette Kollektion bietet der Aquell Standard LT alles in Bezug auf Geräte und Zubehör, das für den Einstieg in die Welt der Aquaristik benötigt wird. In zwei Größen und auch in zwei Grundformen, mit oder ohne gebogene Frontplatte, fasst das Aquarium jeweils rund 20 oder 45 Liter. Neben der Abdeckung mit eingebauter LED-Beleuchtung sowie Zuführklappe enthält das Seed derzeit den benötigten Filter und auch Heizung. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.